Lass uns beten. Himmlischer Vater, du bist unsere Sonne, die Leben schenkt. So soll dein Wort heute Leben schenken. Zu jedem, der dich heute hört. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich freue mich, dass ich heute vor uns stehen darf und mitteilen, gemäß dem, was Gott mir im Herzen gelegt hat. Heute wollen wir darüber sprechen. Ich hoffe, dass die Grammatik gut ist, weil meine Frau den Satz noch nicht kontrolliert hat. Manchmal muss sie meinen Satz kontrollieren. Aber ich weiß, ich habe Freiheit, grammatische Fehler zu machen. Ist das nicht wunderbar? Ich bin kein Deutscher, ich bin Ausländer. Ich kann viele grammatische Fehler machen. Ihr müsst mir vergeben. Was soll ich tun, wenn ich keinen Ausweg mehr weiß? das ist eine Frage. Ich bin sicher, jeder von uns müsste sich schon mal in einer Situation gefunden haben, wo er keine Ahnung hat. So, was soll ich tun, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Das klingt unlogisch. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, was soll ich tun? Ihr merkt es bei diesem Thema, dass ich immer was tun muss. so, folge mir bitte zu einer Geschichte 2. Chronik, Kapitel 20, Abwärts 1. Wir werden aus dieser Geschichte lernen, was Gott für uns hat. Und dieses Wort ist für jeden. Egal, wer du bist, egal, wo du bist, egal, was du machst, egal, was du hast, egal, was dir fehlt, du wirst, du wirst dich in einer Situation befinden müssen, wo du dich fragen werden müssen, was sollst du tun? Oder wo du keine Ahnung mehr hast. So, sind wir da? 2. Chronik, Kapitel 20, Abwärts 1. Nun, bevor wir zu Vers 1 gehen, wenn du Zeit hast, lese Kapitel 19. Da war schon Frieden in dem Land. Alles lief wunderbar in der Nation. Josaphat fing an, Freude zu haben, fing an, Spaß in der Regierung zu haben. Er hat seine Minister, Abgeordnete, alle gut eingesetzt. Und Vers 1, Kapitel 20, 2. Chronik, und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere neben den Ammonitern, um Josaphat zu bekämpfen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran von je Zeit des Todesmeeres aus Aram. Und siehe, sie sind bei Hateton Tama. Das ist Entgedi. Da fürchte sich Josaphat und rüstete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Judah einen Fasten ausrufen. Und Judah kam zusammen, um vor dem Herrn Hilfe zu erbieten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Damals es war üblich, dass Königreiche einander bekriegen. Und da haben sich Ammonitern, es ist als ob Russland, China und USA und Deutschland führt einen Krieg gegen Zanzibar. Kennt ihr Zanzibar? Eine kleine Nation in Südafrika. Russland, kennt ihr Russland? USA, China, Deutschland. Wissen wir, dass Deutschland eine starke Armee hat. Und diese Länder und andere Länder, vielleicht Frankreich und Großbritannien, und sie führen einen Krieg gegen den König in Zanzibar. So war die Situation von Yushaphat, es gab keinen Weg für ihn. Yushaphat hatte keine Ahnung und da kam Furcht zu ihm. Aber Yushaphat hat etwas getan und das wollen wir heute lernen, wenn die Zeit uns erlaubt, wir werden ein paar Beispiele noch sehen von Habakuk und Paulus und Silas. Aber Yushaphat hat es für wichtig gefunden, sich zu Gott zu wenden oder an Gott zu wenden und er rief einen Fasten aus. Und lasst uns fragen, warum hat er das gemacht? Vielleicht Yushaphat war geisterfüllt, vielleicht er war kirchenabhängig, vielleicht hatte er kein Essen mehr und er musste durch diesen Weg Fasten rufen, damit sie das Geld, das sie haben, sparen, um Waffen zu kaufen. So, wir werden Yushaphat Herz erkennen, dadurch, was er gesagt hat. Vers 5 Und Yushaphat trat unter der Gemeinde von Judah und Jerusalem im Haus des Herrn vor dem neuen Vorhof und er sprach, O Herr, du Gott, unsere Vaträter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreicher der Heiden, in deiner Hand ist Kraft und Macht und niemand kann vor dir bestehen. Lass es mal wie wir stoppen. Yushaphat weiß etwas, dass Kraft und Macht in den Händen Gottes ist und niemand kann vor Gott bestehen, weil sein Wissen, was er weiß, ist sehr wichtig in den Entscheidungen, die er getroffen hat. Was du weißt, wird deine Entscheidung beeinflussen. Sind wir noch da? Darum ist nicht Wissen eine Dummheit. Man sagt manchmal, Wissen ist Macht. Gibt das so einen Satz? Zu Wissen ist Macht. Nicht Wissen ist Dummheit. Das klingt schimpfmäßig. Nicht zu Wissen ist Katastrophe. Nicht zu Wissen ist gefährlich. Darum sind wir alle in die Schule geschickt worden, oder? Man hat uns in die Schule geschickt nicht, dass wir allein Zeit für sich haben. Da sind wir A, B, C, die lernen. Und wenn man mehr Geld gebe, ich kann Geld zählen. Dann gehen wir weiter. Vers 7. Hast du nicht, unser Gott, die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und hast es dem Samen Abrahams deines Freundes gegeben auf ewige Zeiten? Sie haben sich darin niedergelassen, dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück über uns kommt, Schwert des Gerichts oder Pest oder Hungersnot und wir vor diesem Haus und vor dich hintreten, denn dein Name wohnt ja in diesem Haus und wir in unserer Not zu dir schreien, so würdest du hören und helfen. Lass uns verstehen verschiedene Arten von Problemen. Schwert des Gerichts, wissen was das bedeutet? Das heißt, ich habe dieses Problem verdient. Sind wir noch da? Es gibt verschiedene Probleme. Manche Probleme haben wir selber verursacht. Wir haben Dummheit gemacht. Wir haben Schlechtes Böse ausgeübt. Und jetzt leben wir in der Konsequenz unseres Problems. Denn zweite Gruppe von Problemen Pest oder Hungersnot. Das ist Krankheit. Dinge die du nicht kontrollieren kannst. Dinge die auf dich aus Natur kommt. man so sagen darf. Natürliche Katastrophe. Denn welche andere Gruppe? Und wenn diese passiert, die Bibel sagt, das Volk Israel soll zu Gott kommen. Ich will dass du dir Zeit nimmst heute, falls du Probleme hast. Weil manche Leute haben kein Problem. nicht jeder ist mit Pascal der Problem immer hat. Was für ein Problem hast du? Aber ich will dir etwas sagen. Egal wie das Problem heißt, es heißt Problem. Du musst dich nicht umbringen, wenn du die Ursache bist. Wer weiß, dass Gott vergibt? Das heißt, du wirst nicht nur Gottes Vergebung empfangen müssen, du wirst auch lernen müssen, dir selber zu vergeben. Dein Pastor hat manchmal Schwierigkeiten zu vergeben. Lass das dich nicht stören. Das ist ein Problem zwischen Gott. Du empfange Gottes Vergebung und vergebe dir. Dann bist du frei. Wir lesen weiter. Wo sind wir? Wer sind wir? Wer stehen? Und siehe nun, die Ammoniter und Moabiter und die vom Berglandseer durch der Land zu ziehen, du Israel nicht erlaubt hast, als sie aus dem Land Ägypten zogen, sondern von denen sie sich fern hielten und die sich nicht vergilten durften. Siehe, diese vergilten uns das damit, dass sie kommen, um uns aus deinem Besitz zu vertreiben, dass du uns doch zum Besitz gegeben hast. Lasst uns merken es, das Ziel der Feinde ist, dich aus deinem Platz wegzunehmen. Es gibt einen Platz für jeden, der Gott geschaffen hat. Jeder, der von Gott geschaffen worden ist, Gott hat einen Plan für dich. Verstehst du mich? Gott hat einen wunderbaren strahlenden Plan für jeden Einzelnen. Aber Satans Ziel ist es, durch Probleme dich und mich aus unserem Plan wegzutreiben. Das ist es. Das will er. Er braucht dein Geld nicht. Satan braucht dein Geld nicht. Er hat Geld. Aber er mag alles, damit du deinen Platz in Gott verlierst. Weil solange du noch im Gottes Plan bist, deine Zukunft ist gesichert. Egal was bei dir passiert ist, solange du noch bei Gott bleibst, im Gott bleibst, den Namen des Herrn ruft, deine Zukunft ist versichert. Aber Satan wird alles machen, egal wie, Druck auf dich setze, Manipulation, damit du vom Plan Gottes gehst. Und das ist genau, was sie machen wollen. Vers 12. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Joshua Fatz sagte, wenn Engel Merkel mit seiner Bundeskanzlerin eine wunderbare Schwester, eine gesegnete Schwester, die ich so sehr liebe, wenn sie heute für die Nation steht, 20 Uhr, ARD, ZDF, alles. Liebe Mitbürgerinnen und Bürger, so steht sie immer. Die Lage der Nation ist schwer. Wer wissen nicht, was wir tun sollen? Ich denke, ich werde mein Sachen packen und verschwinden. Der König sagte, wer wissen nicht, was wir tun sollen. Nur unsere Augen auf dich richtet. Aber sie haben mal etwas gemacht. Verstehen Sie mich? Was soll ich tun? Wenn ich keinen Ausweg mehr weiß oder kenne. Josaphat hat etwas getan. Er hat auf Gott geschaut. Egal was bei dir passiert, schaue auf Gott, nicht auf deinen Pastor, weil du weißt nicht, wie viele Probleme er selber hat. Wenn du das als Christ tust, du wirst Gott erleben. Wenn du nicht zu Gott kommst, kannst du Gott nicht erleben. Lass uns die Geschichte weiterlesen. Vers 3. Und ganz Judas stand vor dem Herrn samt ihren Kindern, Frauen und Sohnen. 4. Da kam der Geist des Herrn auf Jehashil, dem Sohn Zacharias, des Sohnes Benayas, des Sohnes Jahes, des Sohnes Matanjes, den Leviten, von dem Sohnen Assafs, mitten in der Gemeinde. Und er sprach, horcht auf, ganz Judah und ihr Einwohner von Jerusalem. Und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht euer, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Die erste Botschaft ist fürchte dich nicht. Problem kann dich nicht umbringen, aber deine Reaktion zu deinem Problem ist, was entscheidend ist. Ich habe eine Geschichte erzählt am Donnerstag. Zwei Mädels in gleicher Umgebung 15 Jahre beide sind schwanger geworden von einer gleichen Party und die beiden wissen nicht wer Mama Papa war. Das war eine wilde Party. Die beiden Freundinnen sind zur Party gegangen und sie schwanger geworden sie wissen nicht wer Papa war. Ein Mädel hat sich umgebracht. Ihr müsst verstehen in unserer Generation damals es ist eine große Schande. Ich weiß das schon mal in Deutschland gewesen mit 15 Schwanger zu werden. war nicht nur Schande für dich für deine Familie für die Gesellschaft. Schwangerschaft. So stell mal vor Schule war vorbei. Und ein Mädchen hat sich umgebracht. Eine Mädchen hat noch verratet mit Kindern. Gleiches Problem verschiedene Ergebnisse. Die Schwangerschaft ist nicht was entscheidet es ist wie du dich reagierst zu deinem Problem. Sind wir noch da. Penny macht. Der Gründer von Penny. Er war reich. Und er war Christ. Und irgendwann hat er aufgehört Geld zu geben. Weil er hat gesagt man kann doch nicht so viel Geld geben in der Gemeinde Gottes. Und sein Geschäft ging zu null zu Penny. Aber er wusste wo er gefallen er hat Buse getan und er fing an wieder Penny zu kroschen wieder Penny zu geben zu geben der Gemeinde. Und heute man redet immer noch von ihm. Warum? Seine Reaktion ist nicht sich umzubringen. Probleme werden kommen und wir sagen alle Amen. Ich habe nicht gehört. Probleme werden kommen. Aber wie du reagierst ist was entscheidet. Probleme sind Prüfungen. Wer war mal in der Schule? Am Ende des Semesters des Schuljahres diese wunderbare Lehrerin oder Lehrer ergibt der Fragenbogen und sagt mein Gott ich wusste dieser Mann hat mich gehasst. Der Mann hasst dich nicht. will dass du zu den nächsten Stufen gehst. Wenn du aber gibt es so was in Deutschland dass man sitzen bleibt. Warum muss jemand sitzen bleiben? Weil er die Prüfung nicht erledigt hat. Und im Leben Probleme sind Zeichen es ist Zeit für dich zu anderen Level zu gehen. So was sollst machen sitzen Prüfung schreiben bestehen zweiter Level aber nein das erste Reaktion die erste Gefühl ist Angst. Mischafat sagte Gott wir haben Angst und Gott sagte fürchte dich nicht. Satans Macht ist Angst. Auf Deutsch gesagt Satan hat keine Macht. Ich nehme meine Brille weg ich sage das nochmal. Satan hat keine Macht denn in Matthäus Evangelium Kapitel 28 Jesus sagt alle Macht im Himmel und Erde ist mehr gegeben. Haben wir schon mal gelesen? So wenn Jesus alle Macht hat was heißt alle? Ein Mann hat mir erzählt sein Freund hat sich hingesetzt und wollte forschen was alle bedeutet und drei Monate lang hat er geforscht und sein Ergebnis ist alle bedeutet alles. Wenn Jesus alle Macht hat dann hat keine Macht aber er hat eine Strategie Angst zu jagen. Bitte gib mir Hebräer Brief Kapitel 2 Vers 14 und 15 Hebräer Brief 2 14 und 15 Denn nun da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden damit er durch den Tod den Außer Wirksamkeit setzte der die Macht des Todes hatte nämlich den Teufel Warte mal er hatte die Macht des Todes ist das nicht wunderbar aber er hat nicht mehr Satan kann dich nicht toten wollen wir mir nach sprechen Satan kann mich nicht toten sag das bitte sagt nochmal mit Überzeugung Satan kann mich nicht toten er hatte die Macht des Todes aber nicht mehr er ist außer Wirksamkeit gesetzt worden wenn etwas außer Wirksamkeit gesetzt worden ist was bedeutet das geht nicht mehr funktioniert nicht mehr null leere Palette leerer Schlauch Vers 15 und alle diejenige befreite die durch Todes Furcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurde das ist Satans Strategie Angst Angst und Leute reagieren aus Angst und warum haben sie Angst sie denken an was geschehen wird sie 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 sehen das Problem und sie erkennen das Problem ist so groß für mich und sie stellen sich vor was das Problem mich antun wird und dann kommt Angst auf uns Josaphat überlegte diese Soldaten kommen in die Stadt plündern uns vergewaltigen unsere Frauen und Mama da hatte Angst da zittert er und Gott sagte Josaphat warte mal fürchte dich nicht habe keine Angst diese Leute können dich nicht umbringen kein Problem kann dich sterben wenn du aufrestehen kannst und sage ich fürchte mich nicht Jesus sagte Jairus Papa Jairus fürchte dich nicht glaube nur erlaube keinen Frucht in deinem Leben warum weil Satan dich nicht umbringen kann nun hier hat Gott etwas gesagt und ich muss zugeben es ist genau übereinstimmig was ich mal sage was sagt Gott wir 16 2. Chronik Kapitel 20 Vers 16 Gott am Morgen sollt ihr gegen sie hinab ziehen siehe sie kommen auf der Abhöhe Sitz herauf und ihr werdet sie am Ende des Tals eintreffen wo der Wüste Jiruel Aber es ist nicht an euch zu kämpfen Tret nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn der mit euch ist O Judah und Jerusalem furchtet euch nicht und versagt nicht zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch es klingt so aus wie wenn der Pastor Pascal sagt ich um arme Probleme wir kommen zu Gott Gott die Armee ist groß er rette uns hilf uns wir wissen nicht was wir machen können und Gott sagt ja ihr zieht Richtung dieser Armee das klingt wie Selbstmord Verstehen Sie nicht ich hätte Gott erwartet dass Gott kommt in seine Helligkeit und eine Mauer herum Jerusalem baut ganz groß bis zum Himmel aber Gott sagt furchte dich nicht renne nicht weg von Problemen geh zu deinen Problemen eigentlich ich diese Vers ich habe es gelesen aber es ist mir gestern noch mal klar geworden das sage ich immer Gott sagt Probleme er weiß das aber du gehst füchte dich nicht umarme deine Probleme und lass Gott was machen die Dinge wovon du weg rennst kannst du nicht besiegen ich wiederhole die Dinge wovon du weg rennst kannst du nie besiegen die Dinge worüber du nicht reden willst kannst du nicht erledigen nichts ist zu groß dass man darüber redet und kein Problem ist so mächtig das man nicht konfrontieren kann warum weil ich mich nicht fürchte und Gott kämpft für mich so Gott sagte denen ich weiß die Armee ist groß ich weiß ihr könnt ihr habt keine Kraft aber hört auf mir habe keine Angst geh richter diese Leute und begegne sie aber er soll nicht kämpfen wo waren wir gerade nächste Vers Vers 18 da bockte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und Gats Judah und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herr nieder und betete den Herr an und die Leviten von den Sohnen der Kahatita und von den Sohnen der Korah Korah hinter Hita machte sich auf um den Herr den Gott Israel zu loben und mit lauter stahlenden Stimme Lasst uns Vers 20 lesen es ist viele Bibelstelle Vers 20 Was hat Josaphat gemacht sie haben getan was Gott getan sagt hat aber sie haben etwas gemacht was mein Verständnis war Josaphat soll gehen und so stehen und nicht machen oder aber Vers 20 sagte lasst uns auf Vers 20 lesen und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wurst der Tekau und als sie ausgezogen trat Jusaphat und und versagt hörts mir zu Judah und ihr Einwohner von Jerusalem vertraut auf den Herrn euren Gott so könnt ihr getrost sein und glaubt seinen Propheten so werdet ihr gelingen haben und er beriet sich mit dem Volk und stellte die welche in heiligem Schmuck dem Herr singen und inpreisen sollten im Vorzug vor der gerüstete Krieger hin und um zu singen dank dem Herr denn seine Gnade wird ewig und als sie anfingen mit jauchten und loben ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und die von Bexia die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen das klickt wie ein Sieg was soll ich machen wenn ich nicht weiß was ich machen soll Nummer eins was weißt du Gott ist groß Gott ist mächtig und auch weiß das Gott liebt mich bitte das musst du wissen bitte mach es Gott liebt dich du musst das wissen und was du getan hast was du nicht getan hast kann seine Liebe nicht reduzieren er ist Liebe er kann dich nicht unlieben so Nummer eins Gott liebt mich das war Dummheit von mir ich habe alles vermassert ich habe Dummheit gehandelt und ich habe das war dumm das schlecht von mir aber ich will dass du weißt ja das war Dummheit Gott liebt dich immer doch und diese krank oder man hat dich verletzt man hat dich missbraucht man hat etwas gegen dich gemacht dein pastor dein papa dein ehemann der stadt egal wer ein problem auf dich geschmissen hat und dieses problem versucht deine Seele zu frissen bitte bitte weiß diese Wahrheit Gott liebt dich und Nummer zwei er hat alle macht er liebt dich und er hat alle macht das heißt ich werde Erwartung haben dass er mir hilft oder er liebt mich und ihm ist alle macht und keiner kann bestehen gegen ihm das heißt mein problem meine krankheit meine pastor keiner kann gegen ihn bestehen siehst du wie mut kommst wenn wir zu Gott suchen gehen aber viele wissen nicht sie wissen nicht was Gott tun kann sie wissen nicht was Gott tun will und sie wissen nicht wie viel Gott uns liebt was soll ich tun wenn ich keinen Ausweg mehr habe renne zu Gott ich meine nicht Pastor Gott in deinem Schlafzimmer renne zu ihm auf deinem Fahrrad renne zu ihm im Garten renne zu ihm wir sind so besessen dass wir als erster Pastor anrufen Pastor selber hat seine Probleme Josaphat ist zu Gott gegangen nicht zu Gemeinden nicht Prophet Gott kann nun durch Pastor zu dir reden und was er heute macht aber zu wem du rennen sollst ist Gott und Nummer 3 fürchte dich nicht fürchte dich nicht Satan kann dir nichts tun das Schlimmste was er tun kann ist du sterbst und Paulus sagt sterben ist Gewinn was meinst du bei Gott im Himmel es ist Milliarden mal besser als hier wer weiß das bei Gott im Himmel so Milliarden mal ist zu wenig unzählbare mal besser als hier so ich lebe ich bin gefällig versatzt dann ich gehe im Himmel mir geht es besser wenn du das nicht weißt hast du Angst zu sterben und weil du Angst hast weil du nicht sterben ist versuchst abzuschließen und Satans Kompromisse sind nicht gut so fürchte dich nicht das schlimmste was passieren kann ist du sterbst nicht schlimmer als sterben und wenn du sterbst in Jesus Christus bist du im Himmel bei Papa ich kann das nicht von der Stress weg nehmen ich habe gesagt das schlimmste was du mir antun kannst ist du sterbe und wenn ich sterbe bin im Himmel deiner Familie das ist Gott kein Problem das ist für Gott kein Problem aber das Problem ist ich habe noch viele Aufgaben zu tun er kann mich nicht toten er muss erst mal Gott toten bevor er mich totet denn ich bin verborgen in Gott versteht du mich ich bin in Gott ich habe in meinem Telefon eine SIM Karte kennt ihr das um diese SIM zu nehmen muss ich Telefon aufmachen kann er Gott toten sodass er Gott nicht toten kann Pascal ist untotbar ist eine Einstellung so wenn du diese Einstellung hast wirst du keine Angst haben können weil du weißt Gott liebt dich darum rennst du wieder zu ihm ich bin die Ursache dieses Problems es war meine Dummheit aber du rennst immer noch zu ihm es ist von draußen renne zu ihm er ist immer der er sagt alle kommen zu mir die mühselig und beladen seid ich werde euch erquicken alle nicht nur gute Leute böse Leute schlechte Leute Teufel Leute egal wer du bist und du bist beladen von Problemen dein Leben geht kaputt ich will dich erquicken komme und lern von mir so wenn du nicht mehr weißt was du tun sollst was macht man renne zu Gott wenn du Nachbar hast Freunde hast Verwandte hast die jetzt in Probleme stecken und sie wissen nicht was sie tun sollen was sagst du dem komme zu Gott Halleluja und wenn du zu Gott kommst Gott wird sagen was du tun sollst es ist ich bitte immer noch für den Tag wo ich predigt halten werde wo ich sage du musst nichts tun ihr merkt es bei mir es gibt immer was zu tun dieses Buch hier damit das Buch hier oben bleibt ich muss das Buch hier oben halten habe ich recht wenn ich meine Hand wenn ich meine Hand von dem Buch weg nehme was passiert fährt auf den Boden du kannst nichts tun du kannst nichts tun sogar nichts tun ist was tun ich werde mich nur hinlegen das ist Arbeit hinzulegen so was soll ich tun ist meine Frage zu Gott was soll ich tun und Gott wird zu dir reden und wenn Gott zu dir redet dann hast Freude Gott sagte Jushaphat steh still aber Jushaphat hat gesungen ist das ungehörsam nein wenn du Gottes Zusage bekommen hast du wirst dich freuen können du siehst Leute die Probleme haben und sie loben Gott du siehst Leute die in Schwierigkeiten stecken und sie preisen Gott warum sie wissen was Gott gesagt hat und Gott hat gesprochen was Gott zu dir sagt ist Kraft so darum du musst ich habe das Wort muss benutzen darum werde ich ermutigen dass du zu Gott gehst und feier Gemeinschaft mit Gott und lass Gott zu dir reden über dein Problem du wirst sehen dass du wieder Freude hast ich will nur zwei Beispiele nehmen gib mir Habakuk bitte Kapitel 3 Apostelgeschichte 6 Apostelgeschichte 6 sorry Apostelgeschichte Kapitel 6 6 werden wie es 25 das 25 Um Mitternacht aber bitteten Paulus und Silas und lobte Gott mit Gesang und die Gefangener hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses entschüttert wurden. Und zugleich öffneten sich alle Türen und die Fesse, alle wurden gelöst. Paulus und Silas haben eine berufen, das Wort überall zu bringen. Aber hier sind sie im Gefängnis geschmissen, Hände gebunden, Beine gebunden, ganz tief im Keller und mit Soldaten, die wachen. Kein Ausweg mehr. Und die Bibel sagt mir, um Mitternacht, was passiert am meisten, um Mitternacht, für Leute, die Probleme haben? Nee, weinen. Du hast noch kein Problem. Wenn ein Problem kommt, du kannst nicht schlafen. Wer kann betäugen? Du kannst nicht schlafen. Das Ding frisst deine Seele. Und du weinst. Und du weinst. Statt Psalm 31, wo steht das? Das Weinen konnte Mitternacht dauern, aber morgen kommt Freude. Aber Paulus und Silas haben einen anderen Weg gefunden. Was soll ich tun, wenn ich keinen Ausweg mehr weiß oder kenne? Bitte. Sie beteten. Und ich will etwas sagen, was für mich neu ist. Sie beteten. Ich weiß nicht, wie lange sie gebetet haben. Ich schätze, nichts weniger als eine Stunde. Und sie haben gesungen. War das geplant? Hat Paulus gewusst, dass wenn sie beten und singen, Ed Beben kommen wird? Nein, er hat nicht gewusst. Wir heute wissen. Darum machen wir das, weil wir schon wissen, was sie erlebt haben. Aber die haben nicht gewusst. Gestern habe ich gehört, dass eigentlich sie haben gebetet. Und es kam keine Lösung. Sie haben gebetet. Und sie haben ihren Frust und ihre Angst und ihre Last Gott durch Gebet übergeben. Und dann kommt die Einstellung. Vielleicht sterben wir. Und sie fingen an Gott zu loben. Wenn ich sterbe, es ist schöner. Du kannst nie verlieren, wenn du Probleme hast. Solange du bei Gott bleibst. Paulus sagt, zu leben ist gut. Zu sterben ist Gewinn. Verstehst du mich? Zu leben ist gut. Zu sterben ist Gewinn. So, es war Paulus, egal wo er war, er war ihm egal. Solange er bei Gott ist, er gewinnt immer. Kein Wunder. Die Bibel sagt im Kolossabrief, wir triunfieren immer im Christus. Immer. So, Paulus war bereit, auch wenn ich nicht rausgehe, ich habe Freude. Und weil Gott Leute liebt, die Freude haben. Gott kann Freude nicht ablehnen. Und Gott sah die Freude. Und Gott kam, sich mit denen zu vereinbaren. Jetzt kommt wieder zu mir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Warum hat Joshua gesungen, obwohl er still sein soll? Ich habe gerade bekommen, gerade jetzt. Wenn du Probleme hast, du kannst nicht schweigen. Entweder du beschwerst dich oder du lobst Gott. Wenn du Probleme hast, du musst was sagen. Entweder du sagst, die STH-Wort oder Halleluja. Kennt ihr die STH-Wort? So, damit du STH-Wort nicht sagst. Weil wenn du STH rausbringst, dein Leben wird auch STH sein. Kennt ihr, was STH berettet? So, den soll lieber Gott loben. Wenn du nicht danke, wirst du schimpfen. So, was soll deine Reaktion sein, wenn ein Problem kommt? Lobet Gott. Danket Gott. So, Yushafat hat sich überlegt. Wenn wir still stehen, bestimmt, einige Leute beschweren sich schon. Und er sagt, okay, lass uns anfangen zu singen. Dann haben wir keine Zeit, uns zu beschweren. Fang an zu singen, damit du keine Zeit hast, dich zu beschweren. Ich erzähle diese Geschichte, es ist eine lustige Geschichte mit meinem Bruder. Ich habe einen wunderbaren Bruder, zwei Jahre älter. Wir haben viele Sachen gemeinsam gemacht. Und ich weiß nicht, ich denke, das ist nicht in Deutschland üblich. Es war bei uns damals üblich, immer Bäume zu klettern. Er sagt, wir haben Spaß, Bäume zu klettern. Jeder Baum will nicht wollen wir klettern. Und an diesem Tag war ich beim Baum klettern. Und leider bin ich gefallen. Ich habe falsche, trockene Steuze erhalten. Buh, auf dem Boden. Und mein Bruder sagt ihm das sofort. Fang an zu tanzen. Fang an zu tanzen. Ich habe sowas noch nie gehört. Jemand, der gefallen ist, der Schmerzen hatte und tanzt. Das war eine Geschichte. Und während ich getanzt habe, habe ich keine Zeit für meine Schmerzen gehabt. Aber beim Tanzen, Schmerzen waren da. Ich liebe meinen Bruder. Wenn du schweigst, du wirst schimpfen. Aber wenn du Gott lübst, du wirst nicht schimpfen. Und alle, die geschimpft haben, Kapitel 3, Kapitel 4, Hebräerbrief, sie sind vernichtet worden. Du kannst nicht gegen Gott murren und leben. Amen. So, was soll ich machen, wenn ich keinen Ausweg mehr weiß? Liebe Gott. Danke dir. So, Paulus und Silas haben gebetet. Sie haben Gott gelobt. Jakobus 5, 13 sagt, hat jemand ein Problem, der betet. Bitte zu gutem Mund, singe Psalme. Wenn wir beten, hören wir, was Gott sagt. Wenn Gott zu uns redet, haben wir Freude. Nochmal. Wenn wir Probleme haben und wir gehen zu Gott. Und Gott redet zu uns. Sein Wort ist Kraft und schenkt Freude. Und wenn diese Freude zu uns kommt, wir sollen diese Freude raussingen. Und was Satan umbringen wird, ist deine Reaktion. Ich erzähle diese Geschichte nochmal mit meiner kleinen Schwester. Jetzt bin ich ein kleiner Satan. Meine kleine Schwester ist zwei Jahre jünger. Und bei den 10 Jahren, ich wollte immer beweisen, er hatte immer mit seiner Schwester Bruder Streit gehabt. Und sie wollte mir keinen Respekt geben, dieser Mädel. Also, für meine Kumpel, für meine Freunde. Sie, wie nennt man das, blamiert mich. Ich sage, das mag nichts. Und ich wollte immer zeigen, dass ich der große Bruder bin. Und ich habe sie immer gehauen. Aber das Schlimmste ist, ich haue sie. Und sie sagte mir, du denkst, ich werde heulen, ich werde gar nicht heulen. Und das tut weh. Verstehen Sie mich? Weil ihr Heulen wäre mein Trost, mein Sieg. Und sie heult gar nicht. Und dann trage ich nochmal. Und sie sagt, du wirst heulen. Und eines Tages. Ich habe sie geschlagen. Und ich bin ihr nachgerannt. Sie ist gerannt, ich bin ihr nachgerannt. Und irgendwie bin ich gefallen. Irgendwie bin ich gerutscht gefallen. Und während ich auf dem Boden lag, da stand sie vor mir, siehst du, ich stehe und du liegst auf dem Boden. Satan will sich umbringen. Wenn Probleme kommen, lobet Gott. Da geht er verrückt. Verstehen Sie mich? Was ist passiert? Die Leute haben sich selber umgebracht. Bei Yushachat stimmt das? Gott hat nicht, Yushachat hat nicht gekämpft. Die Moabiter, Ammoniter haben einen da umgebracht. So, wenn ein Problem kommt, lobet Gott weiter. Preiset Gott weiter. Lächelt weiter. Zieht kein langes Gesicht. Das macht Satan Spaß, wenn du immer so läufst. Er liebt es. Aber lächelt. Lacht. Tanz. Sei freundlich. Leute, wenn du fragen, weißt du nicht, dass es Probleme gibt? Sagen Sie, wie geht es dir? Mir geht es gut. Warum? Warum? Ich habe einen Gott, der zu mir gesprochen hat. Nun, welche Kraft brauche ich, um das ja zu machen? Welche Kraft? Wie? Ich kenne viele Leute. Sie kommen gar nicht auf diese Idee. Ich kenne viele Leute. Sie gehen runter durch Probleme. Was ist die Kraft hinter meiner Reaktion? Verstehst du mich? Ich soll zu Gott gehen? Okay. Aber welche Kraft wird mich zu Gott treiben? Was für eine Einstellung brauche ich? Was ist das Ding dahinter? Statt aber zu schreien, ich gehe zu Gott. Statt zu schimpfen, ich liebe Gott. Welche Kraft steckt dahinter? Lass uns Habakuk sehen. Ich stelle Kapitel 3. Habakuk. Wo ist Habakuk? Im Neuen Testament? Oder alt? Also, ich muss suchen. Nicht, dass es im Neuen Testament ist. Kapitel 3, Vers 17. Habakuk war ein Ackermann. Und seine ganze Hoffnung ist auf sein Feld. Und jetzt kommt die Endzeit. Und er sagt, denn der Feigebaum wird nichts ausschlagen. Und der Weinstock keinen Ertrag geben. Und die Frucht des Ölbaums wird trügen. Und die Felder werden keine Nahrung liefern. Und die Schafe werden aus den Hürden getilgt. Und kein Rind wird immer, wird mehr in den Ställen sterben. Dieser Mann kann einfach kundigen. Es gibt keine Hoffnung mehr. Versteht man? Es gibt nichts. Keine Frucht, keine Ernte, Boden, keine Nahrung, Schafe, Rinde, alle tot. Und es gab kein Hartz IV. Er kann keine Kredite bekommen. Aber Habakuk hat etwas erkannt. Weiter, Vers 18. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und verlocken über den Gott meines Heils. Wenn er sagt, ich aber, das heißt, andere Leute haben andere Entscheidungen getroffen. Ich aber. In der Nation gab es keinen Ertrag. Und der Bauer Henrich hat eine andere Entscheidung getroffen. Bauer Schmitt hat eine andere Entscheidung getroffen. Aber der Bauer Habakuk hat gesagt, ich aber. Du musst nicht reagieren, wie die anderen reagieren. Ich aber werde mich in dem Herrn verlocken über den Gott meines Heils. Was sagt ihr? Ich habe alles verloren, aber ich bin mein Kind Gottes. Auch wenn ich aus Hunger sterbe, ich gehe im Himmel. Das ist die Kraft hinter alles. Ein Christ zu sein. Wenn du kein Christ bist, tut mir leid. Wenn du Jesus nicht hast, tut mir leid. Alles, was ich heute mache, ist Motivationstalk für dich. Und Motivationstalk kann nicht gegen Satan widerstehen. Kennt ihr Motivationstalk? Ja, heute macht man viel Geld damit. Motivationstalk ist nur Talk. Wenn Satan kommt mit seiner Lüge, Motivationstalk hat ein Ende. Aber wenn ich ein Gotteskind bin und ich habe Errettung bekommen durch Jesus Christus, dann habe ich ein Fundament, worauf ich stehe, zu Gott zu gehen, nach Gott zu tragen, Gott zu suchen, zu glauben, zu singen, zu jauchten. Darum werden wir heute, gemäß Gottes Gnade, uns entscheiden, wofür wir Gott danken wollen. Ich weiß, wir alle haben Probleme, ich denke. Aber ich will, dass du dir was sagst. Gibt es etwas in meinem Leben, wofür ich Gott danken kann? Hat jemand heute ein Zeugnis? Ich habe heute ein frisches Zeugnis. Frisches Zeugnis. Ich saß in der Straßenbahn. Ich habe mein iPhone 7 auf meinen Schuss gelegt. Ich wollte etwas in die Tasche machen. Und dann kam ein Gedanke zu mir. Nimm dieses iPhone weg von deinem Schuss. Es konnte runterfallen. Und während ich das gesagt habe, ich weiß nicht, was Schreck gebracht hat. Und mein iPhone ist weggeflogen. Und in mir, ich dachte, es ist vorbei. Weil er hat ein Metall getroffen. Aber Gott in seiner Gnade, er weiß, ich brauche Geld. Das ist nur ganz. Das ist Zeugnis. So, falls ich nicht habe zu erzählen, mein iPhone ist noch da. Ich kann meine Frau anrufen und mit ihr quatschen. Ich habe das erzählt. Jeder hat etwas, wofür er Gott danken kann. Glaub mir. Schaue nicht an deine Probleme. Schaue an Gott. Besonders schaue daran, du bist Christ. Bitte, was kann noch schlimmer sein, als sterben wäre. Und du bist über Papa im Himmel. Wunderbar, in der Helligkeit. Ein Pastor hat mir erzählt, Gott hat ihn benutzt, Leute vor den Toten aufzuwirken. Kennt man sowas? Und alle, die Gott vor den Toten aufzuwirken hat, haben seine Gemeinde immer verlassen. Sie sind sauer auf ihn. Warum? Drogen ist besser. Und du hast uns zurückgeholt. Verstehen Sie mich? Druck und kein Mensch wird im Himmel kommen und auf diese Erde zurückkommen wollen. Es ist unmöglich. So, wovon hast du Angst? Aber freu dich, du bist ein Christ. Aber wenn du kein Christ bist, dann hast du ein Problem. Du bist Satans Schweißtuch. Kennt ihr das Schweißtuch? Er wird dich benutzen, seinen Schweißtuch zu nischen. Er wird dich benutzen, seine Nase zu putzen. Er wird dich benutzen, seine Fußsaue. Du bist Satans Spielzeug, wenn du Jesus nicht hast. Aber du kannst ein besonderes Kind Gottes sein heute, wenn du Jesus in deinem Leben aufnimmst. Heute werden wir Zeit nehmen, Gott zu danken. Und darum haben wir seine Kollekte bis jetzt gesperrt. Damit wir mit unserer Kollekte, wenn du Kollekte hast, wenn du vorhast, etwas zu geben, danket ihm für etwas. Hat jemand hier einen Grund, wofür er Gott danken kann? Lass ihm deine Hand sehen. So ein bisschen wer für dich. Es gibt, wenn du keinen Grund hast, danket Gott für diesen hübschen jüngeren Mann, der vor dir steht. Das ist ein Grund genug, ihn zu danken. Psalm 100, sorry, Psalm 116. Gib mir, Psalm 116, Vers 17. Psalm 116, Vers 17. Dir will ich Dankopfer darbringen und den Namen des Herrn anrufen. Ich habe bei mir geschrieben, Danksachungsopfer für den Monat Mai. Ich darf mehr Mai erleben. Wann war jetzt dieser Bombeanschlag in Ägypten bei den koptischen Christen? War das vorgestern oder vor drei Tagen? Sie haben mein Ende nicht erlebt. Ich bin nicht heiliger als diese Leute. Oder bei diesem Manchester-Bombeanschlag. Sie haben Ende Mai nicht erlebt. Und ich bin nicht heiliger als diese Leute. Und ich stehe heute hier, 28. Mai, und ich sage Gott, ich danke dir. Ja, mein Konto ist noch nicht im Überfluss, was ich mir wünsche. Ja, das und das und das ist noch nicht passiert. Aber ich erlebe, ich lebe. Ich habe eine Familie. Verstehst du mich? Wenn du so ein dankbares Herz hast, dann wirst du bestehen können, wenn Schwierigkeiten kommen. Heute wollen wir gemeinsam beten. Und dann werden wir mit Danksachung unserer Kollekte geben. Danke Gott für etwas. Bitte, gib ihn nicht einfach weg. Danke ihm. Diese 10 Cent, Vater, ist mein Danksachungsopfer, weil ich morgen zur Arbeit gehe. Oder weil ich heute hier bin. Danke ihm für etwas. Und du wirst überrascht sein. Du wirst nie Mangel haben, an Gründen, wofür du Gott danken kannst. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Wir preisen dich. Wir loben dich. Wir danken dir, weil wir bei dir Hoffnung haben. Weil wir immer zu dir kommen dürfen, egal wie schwer die Situation ist. Wir danken dir, weil du fähig bist, unsere Probleme zum Sieg umzuwandeln. Jesus Christus, wir kommen heute mit unserem Opfer als Danksachungsopfer. Empfange erst du deine Ehre und danke, Papa, im Namen Jesus. Amen. Amen. Amen.